Pass mal auf. Was soll ich machen? Ja, 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 ja. Das sind diese Messer, die von hinten kommen. Du bist eine Falsche bist du. Du bist eine Falsche. Also am Anfang dachte ich, Linda wird mir Probleme machen. Ich hasse es, wenn meine Partnerin angegriffen wird. Ja, aber es ist ja nicht... Wem von euch darf ich meine Sammlung zeigen? Mir auf jeden Fall, wenn du Mike heißt. Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute zu der allerersten Beauty and the Nerd Reaction hier auf diesem Kanal und natürlich zur ersten Folge davon. Das ist tatsächlich auch das Format, auf das ich mich im Moment mit Abstand am meisten gefreut habe. Also ich finde einfach so das Konzept davon ist richtig geil und es ist natürlich mal was Neues, was wir auch noch nicht angeschaut haben. Deswegen auf jeden Fall ein großes Dankeschön hier an ProSieben, dass ich da drauf reagieren kann und ich bin sehr gespannt, wie das auch bei euch ankommt. Die ganze Folge hiervon gibt es bei Join, übrigens sogar kostenlos und immer donnerstags auf ProSieben. Also wenn ihr das nochmal in voller Länge anschauen wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr hier noch ein Abo dalasst und damit let's go. Das Ganze läuft jetzt so ab, dass hier nach und nach die Nerds kommen. Ich glaube hier so von den Vorstellungen werde ich halt nicht so viel drin lassen und hier auf die Beauties treffen und dann dürfen die sich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja ihren quasi ihren Nerd aussuchen, mit dem die in einem Team sind. Genau. Wenn drei oder vier Beauties den Nerd haben wollen, liegt es natürlich in seiner Hand und dann drin. Ja, sie kommt mir irgendwie auch bekannt vor, aus irgendeinem anderen Format. Ich weiß aber gerade nicht aus welchem. Ich bin Pierre. Im Lab bin ich bekannt als Percival. Meine Hobbys sind das Lab und das Mittelalter sowie Zauberei und ich hoffe, eine von euch Beauties darf ich heute verzaubern. Oh, der war kreativ. Ich habe mir nur gedacht dabei, wo er jetzt meinte, daher ist er bekannt. Dachte ich mir gerade so, ist das ein Ort oder eine Stadt oder was ist das? Aber ich glaube, das ist irgendwas Fiktives, oder? Der kam so rein und ich finde, der war so bam in die Fresse, ich bin da. Ich finde, Pierre ist so ein voll der Gewinner-Typ, so weißt du? Ja, Shelly übrigens auch dabei. Die kennen wir ja noch aus der letzten normalen I.O.The.One-Staffel. Ansonsten, Pierre, finde ich, hat eigentlich, also der hat jetzt nicht mal so schüchtern oder so gewirkt. Hätte ich irgendwie anders erwartet. Ich bin mit Harry Potter aufgewachsen, Game of Thrones, habe ich alle Folgen gesehen. Die letzte Staffel war jetzt nicht so stark. Sehe ich genauso. Ja, da könnten die halt theoretisch sogar Parallelen finden dabei. Ich bin die Linda Nowak. Ich denke, der ein oder andere könnte mich kennen. Der Bachelor, Playboy und Dschungelcamp. Also, ich kannte sie noch nicht. Im Lab bin ich meistens Braumeister. Das steht halt einfach dafür, dass ich gerne auch mal mit Leuten einem trinke. Ja, das ist bestimmt auch von Vorteil da drin. Ich frage mich halt immer noch, was ist ein Lab oder was sagt er da immer? Also, ich kenne nur Lat. Ich bin sehr, sehr trinkfest, genau. Nein. Ja, bin ich auch? Bin ich auch? Aber der kommt echt richtig gut an. Also, ich finde, der ist voll locker und so. Richtig gut. Meine Stärken liegen eigentlich in meiner Fingerfertigkeit. Au, oder? Also, wenn er jetzt nicht genommen wird, Freunde, dann weiß ich aber auch nicht. Jetzt sind hier natürlich alle hellhörig hier, die Ladies. Das ist so eine Handtasche, die ich selber gemacht habe. Eine Schallplatte genommen, zusammengenietet an einigen Stellen mit Leder bearbeitet. Das ist so meine kleine Minibar in meiner Wohnung. Ist wie ein Vogelkäfig aufgebaut. Na, ich hoffe mal, die Wohnung ist nicht auch so aufgebaut. Aber mit den ganzen Sachen, ich glaube, der wird gar nicht schlecht bei denen ankommen. Ich nimm dich. Puh. Okay, Linda nimmt ihn. Okay, der nächste Nerd. Hi, ich bin der Chris. Lieber Achterbahn. Okay, also natürlich, Freunde, mit dem Namen, da punktet der natürlich schon mal. Und wer hat Lust auf einen gemeinsamen Adrenalinkick? Wirst du mit CH geschrieben oder mit K? Mit K. Mit K? Ich werde mit CH geschrieben. Heißt Christine? Ja, ich werde auch mit CH geschrieben. Ich bin eine besondere Beauty, weil ich eine Zahnspange trage. Bling, bling. Da bin ich mal gespannt. Ich glaube, da wird es auch Stress geben. Also hoffe ich. Warte mal, hast du lila Haare? Ja, ich habe lila Haare. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Na, die sind mir wirklich auch noch überhaupt nicht aufgefallen. Das sind coole Nägel. Danke. Mega. Jetzt üben wir dich mal so von da an. Sie ist schon nach vorne gelaufen. Nimm ihn direkt mit. I'm the same bitch. Ich habe eine Zahnspange. Ich würde sagen, ich bin so ein Beauty-Lerd. Oh, flirtet Christine. Ich bin ja mit ihm oder was. Also ich bin auf jeden Fall auch Nageldesignerin. So, dass ich deine Nägel wieder neu machen soll. Das war jetzt richtig so, mich gibt es übrigens auch noch. Mein Name ist Vanessa. Würde ich tatsächlich auch die Nägel als das Ausschlaggebende nehmen, weil können wir zusammen die Nägel machen. Ich glaube, Vanessa, wir könnten ein ganz tolles Team bilden. Ich freue mich. Der Mike. Ich bin leidenschaftlicher Kartensammler. Aha. Wem von euch darf ich meine Sammlung zeigen? Mir auf jeden Fall, wenn du Mike heißt. Geil. Ey, da habe ich gar nicht dran gedacht. Das ist aber lustig. Also wenn die ihn jetzt wirklich nimmt, das wäre echt geil. Dann kann der Mike ihr hier sogar die Karten legen. Das konnte der letzte Mike nicht. Und diesen, wie heißt das, Schamanen oder so, hat die ja jetzt auch nicht mehr. Zeig mir mal so eine Karte. Ich weiß noch, die haben so schön geglitzert. Ich liebe Glitzer. Ich dachte mir schon, dass es in die Richtung Cosplay geht. Und deswegen war ich halt schon direkt so, will ich? Okay. Also ich würde. Und zwar jetzt. Tja, das ist doch schon mal eine sympathische Beschreibung, Freunde. Beschreibt sich als arrogant und egoistisch. Also wirklich perfekte Eigenschaften für eine Newcomerin hier. Ich habe euch mal einen bei dir. Ich bin aber tatsächlich doch ein kleines bisschen enttäuscht, dass sie die Einzige ist, die sich meldet. Ach so, ja, ich habe mir schon gedacht, der wirkt irgendwie nicht so, als würde er sich freuen. Das ist ja kein Kim und Mike durch hier. Schade. Ich dachte gerade, der fliegt da hin. Ich bin Daniel, ich komme aus dem Rechten der Wissenschaft. Wen von euch soll ich Nachhilfe geben? Aber Wissenschaftler in welchem Sprechgrund? Du siehst sportlich aus. Ich studiere Biologie. Biologie? Geil, das war mein Leistungskurz in der Schule. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Die sind aber auch alle sehr jung hier. Also alle so irgendwie um die 22 bis 24 oder so bis jetzt. Also ich möchte auf jeden Fall nicht voll in die Waffel. Ich will es auch. Ich mag Efe und Pflanzen sehr gerne, deswegen ist alles ein bisschen grüner gehalten. Baustellen schilderst. Ist legal. Oh, Bad Boy. So, ich habe mit Leuten geküsst rumgemacht, aber mehr als das nicht. Was mir wichtig ist, ist halt zu meinen, dass sie halt halbwegs authentisch ist und mir halt eigentlich auf den Sack geht. Der Macho. Wir gucken mal, wie es läuft, aber ich will nicht. Wir gucken mal, wie es läuft. Ey, ihr müsst mir mal bitte kommentieren. Ist schon mal in irgendeiner Staffel eine Beauty mit einem Nerd irgendwie so da rausgegangen? Also ich meine, das ist ja jetzt nicht unbedingt das Ziel hier, aber gab es das schon mal? Hatten da mal welche was miteinander? Oh, Deadpool haben wir auch dabei. Frisch aus dem Kino. Also da müsste Babu, glaube ich, hieß sie oder Links mit dem roten Kleid, da müsstet ihr eigentlich zuschlagen. Also optisch wäre das ein Match. Ganz wieder echte. Ich bin 23 Jahre alt. Ich möchte auch für meine Beauty ein Superheld sein. Mit wem gehst du immer ins Kino, wenn du ins Kino gehst? Geh meistens alleine. Also kannst du auch alleine mit dir Zeit verbringen? Ja, sehr gut. Bist du gerne allein? Klingt ja ein bisschen so wie, ja, kannst du auch alleine gut Zeit mit dir verbringen? Ja, ja, doch schon. Ah, okay, dann nehme ich dich nicht. Kurze Unterbrechung, Freunde, über 60% der Leute, die hier regelmäßig zuschauen, haben den Kanal noch nicht abonniert. Deswegen würde es mich freuen, wenn ihr euch ganz kurz die Zeit nehmt und ein Abo dalasst. Ich bin halt nicht so einer, der jetzt irgendwo gerne in Clubs oder in Bars geht oder an eine Bushaltestelle und sagt, hey du, wollen wir Freunde sein? Nee. Ja, wäre auch ein bisschen komisch. Ich möchte dich auch haben. Aber Shelly nimmt ihn. Ich wollte so einen kleinen Süßi haben. Dann würde ich die Dame in Rot wählen. Danke schön. Okay, er hat sich für sie entschieden. Ja, wie gesagt, optisch auf jeden Fall eine gute Wahl. Ich wurde noch nie von einem Mann gekorbt und der hat mich einfach gekorbt. Oh, der Kapitän kommt. Mein Name ist Sam. Ich bin 24 Jahre alt. Ich komme gebürtig aus der Pfalz, wohne in Mainz und ich interessiere mich eigentlich so für alles mit Schiffen, Technik und deren Historie. Vielleicht schippert er eine Beauty mit. Ah, nee. Ja, ich habe auch schon nach einem guten Spruch überlegt, aber da ist mir auch keiner eingefallen. Ich versichtige gerne Schiffe. Ich baue gerne Schiffe und vielleicht spielt die Beauty auch gerne mit mir Schiffe versenken. Vielleicht darf er ja bei der Beauty mein Verwünschtes Daumenschiff. Jetzt wollte ich noch fragen quasi, wer von euch will mich denn an Land ziehen und schlussendlich. Oh, der war aber nicht schlecht. Kim, zieh ihn doch mal an Land. Das ist so. Oh, aber das war jetzt voll unangenehm. Also, wenn die dann so reden, so, ja, und, oh, nee, dann merkt er ja schon, irgendwie wollen die beide nicht. Wer meldet sich? Komm, Michelle, pack ihn ein, für das Kling. Ja, und sonst so? Wer möchte, niemand? Jetzt muss er sogar noch mal nachfragen. Der Arme, das tut mir wirklich leid. Also, wenn dann, wenn einen dann niemand wählt, so, und dann reden die, und dann doch nicht, und das ist schon unangenehm. Dann nehme ich dich. Mich? Ja. Ja, dann nehme ich doch dich, die, die so viel Bock auf mich hatte. Mensch, also bei, bei der Lust, die die beiden hier haben, ist das wirklich auch schwer, sich zu entscheiden, muss man sagen. Jetzt bin ich sehr gespannt auf Kims Nerd, und haben wir ihn auch schon. Oh mein Gott! Ich bin Colin. Das hier ist mein kleiner Kurama von Naruto, den ich benutze, um den meinen Code zu erklären. Andere Informatiker benutzen dafür, der Ente, ich hab den dafür. Colin? Ja, ich bin Informatiker, und ich will dich fragen, ob du meine Cookies akzeptierst und mit mir zusammen was aushäcken willst. Das war auf jeden Fall kreativ. Ich frage mich, haben die sich das selbst überlegt, oder wurde denen das irgendwie vorgegeben? Aber wenn das selbst überlegt war, war es auf jeden Fall gut. Und ich hab angewandte Informatik studiert, vier Semester. Oh mein Gott, das passt. Nicht dein Ernst! Hä, wirklich? Aber seid mal ehrlich, die Villa, die sieht schon brutal aus. Wir springen mal ein bisschen weiter, die haben jetzt Kissen und Luftmatratzen bekommen, und schlafen übrigens alle zusammen im Wohnzimmer. Wo ist eigentlich der Bum-Bum-Room, frage ich mich? Der wurde noch nicht gezeigt. Für die Nerds ist es bestimmt sehr, sehr aufregend, mit so vielen wunderschönen Frauen. Ja, mit einer Beauty im Bett zu lernen, wollte ich halt sagen, wird schon am Anfang relativ aufregend sein. Ich hab ja noch nie mit wem anders, außer meinen eigenen Geschwistern, in einem Bett geschlafen. Also ich würde da auf jeden Fall nicht die Hand wegschlagen. Ich finde den Colin super. Ja, ich wollte auch schon sagen, ich glaube, Kim hat sich extra so hingelegt. Dann, Freunde, fragen wir hier natürlich mal bei der Queen höchstpersönlich nach, wie war denn die Nacht, Kim? Und vielleicht auch, was lief denn da? Ich hab super geschlafen, weil ich bin das Jet-Set-Leben gewöhnt. Ja, muss bestimmt auch am Nerd gelegen haben. Ich hab nicht so viel geschlafen, tatsächlich. Es war sehr, sehr warm. Oh, war sehr heiß, die Nacht. Hätte ich nicht gedacht, dass das so abläuft hier. im Leben hätte ich das nicht gedacht. Da hätte ich ganz anders. Also ich wäre für das Geld nicht gegangen, sage ich ehrlich. Also warte mal, weil Christine jetzt hier mit allen in dem Wohnzimmer schlafen musste, deswegen kommt die zum Entschluss, wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich für das Geld, für das Geld hätte ich dann hier nicht mitgemacht. Also, Schatz, nee. Gefällt mir gerade gar nicht mehr. Als ob das jetzt so schlimm war. Warte mal, spielt ihr? Ja, Mensch, warum holt ihr mich nicht? Aber ihr habt jetzt zwei auf dem Spielfeld. Genau. Das heißt, einer verliert doch jetzt, oder nicht? Ähm, erst wenn er quasi sie angreift, weil ich angreife mit dem Monster. Sie hat es zumindest probiert, es zu versuchen. Das scheint sie ja mega interessant gefunden zu haben. Und dann müsst ihr auch dazu Gespräche führen und dann es zu erklären und sowas. Ja, genau, genau, genau. Ist ein richtig soziales Spiel. Da, da ist natürlich das Gute hier ran, aber, da muss man auch sagen, Kim gibt sich irgendwie ja sogar wirklich Müll hier. Und das hätte ich selbst nicht gedacht, aber, bis jetzt, nervt die mich hier auch nicht mal. Ich glaube, die wird da schon versuchen, auch sich so ein bisschen, so ein bisschen Interesse zu zeigen und einzubringen. Was ja gut ist. Nein, Götter Monster, zerstört jetzt deinen kleinen Paladin. Nein, ich hab noch einen Samen und den Dingamon-Eichner auf der Hand. ins Reich der Schamme. Nein! Läuft das immer so ab, bei solchen Kartenspielen, oder wollten die jetzt hier so ein kleines Schauspiel hinlegen? Kim, bislang auch eher unbeeindruckt. Das verstehe ich nicht so ganz. Das ist mein Dunkelheitsbeschwörer, der Herrscher. Was kommt auf mich zu? Nein, sag nicht, das ist der Dunkelheitsbeschwörer, der Herrscher. Geil, das ist wirklich so, man sieht da so und denkt sich so, ja, einfach nur ja. Holen wir. Oh, die nächste, die aufsteht und geht. Okay, jetzt probiert Shelly ihr Glück. Wie spielt man Yu-Gi-Oh? Ziel ist es an sich, wir haben beide so eine Zahl an, an Punkten quasi, an Lebenspunkten und es geht darum, die vom Gegner auf Null zu. So wie Mau Mau. Jaja, ungefähr. Ich glaube, du hast doch eine Karte, die bestimmt 50 Euro wert. Jaja. Das wäre schon einmal, äh, ja. Einmal? Einmal neulich, ja. Die nehmen fast 50 Euro. Mehr. So wie wir im Monat uns ein Spiel für 50, 60 Euro kaufen. würde ich niemand machen. Ich würde niemals ein Spiel für 50, 60 Euro kaufen. Dann gehe ich lieber shoppen oder so. Genau. Das sind halt so die unterschiedlichen Prioritäten, die man so hat, ne? Heißt das, dass hier die Lebensstile nicht zusammenpassen, oder was? Frag mich immer, bei solchen Männern, also bei solchen Nerd-Männern, sind die glücklich? Die sehen ja auch andere Männer und was denken die? Oh, Mensch, ich wäre vielleicht auch irgendwie gerne so, aber traue mich einfach nicht, aus mir herauszukommen, weißt du? Ja, das ist eigentlich eine interessante Frage, also glücklich werden die bestimmt sein, denke ich mal, aber das könnte sie die ja mal fragen. Meiner ist, glaube ich, so ein Programmierer. Meiner auch. Auch Programmierer? Ne, irgendwas mit Informatik. So denken wir alle, was mit Informatik. Ja. Klischee-mäßiger könnte es halt auch nicht sein. Ich habe schon von den anderen Nerds gehört, dass ich irgendwie so wie ein Papa bin, der sich irgendwie um alles irgendwie kümmert. Was der Pär hier natürlich eigentlich sagen möchte, ist, du kannst mich auch gerne Daddy nennen. Aber wir haben keine Spülantücher, sonst wäre schon Dan und ich da dran gewesen, den ganzen Berg wegzumachen. Du meinst jetzt den Lappen oder zum Trocken machen? Zum Trocken. Weil du kannst du einfach eigentlich hinstellen. Bei der Hitze stelle ich nichts drauf, was richtig nass ist. Warum? Weil eine Natursteinplatte klein in Poren drin sind, wenn die... Hat der irgendwie Küchenplatten studiert oder... Bei der Hitze stelle ich hier nichts drauf, was nass ist, weil die Poren der Natursteinblatt... Platte... Was, Bruder? Krass, ey. Das hat der auch so rausgehauen mit so einer Überzeugung und so wie aus der Pistole geschossen. Also wenn er hier mit die Frauen nicht überzeugt, Freunde, dann weiß ich aber auch nicht. Wasser ziehen und dann irgendwer eine heiße Pfanne oder irgendwie einen heißen Kaffeebecher draufstellt, kann es zu Mikrorissen kommen. Dann kann irgendwann auch so eine Platte platzen. Die Platte kann platzen? Also dass man da heiße Pfanne nicht unbedingt draufstellen sollte, das weiß ich auch, aber dass die Platte platzen kann, wusste ich nicht. Das ist nämlich eine Strasser Black Scorpion, die da drauf liegt. Super geil mit einer der meistverkauftesten Arbeitsplatten, die es gibt. Geil. Wirklich jetzt? Krass. Wir sind halt aufgespritzt mit Hyaluron, ne? Drei Milliliter oder so. Drei Milliliter. Ja. Das lässt er noch mal durchgehen, die drei Milliliter. Wenn jemand, egal wer, ich weiß nicht, wann was er war, mir entgegenkommt, da kommt ja so ein Windzug. Und wovor der Windzug kam, genau zehn Sekunden musste ich die Luft anhalten, damit es so vorbei ist. Ganz cool. Das klingt mir aber nicht so ganz sozial für eine Sozialpädagogin. Habt ihr schon mal eine Freundin gehabt? Ja. Noch nie? Ihr habt noch nie eine Freundin gehabt? Nee. Nee. Aber wünscht ihr euch eine Freundin? An sich schon. Ja. Ich sehe mich schon ziemlich danach in eine Beziehung zu kommen. Das ist eigentlich so einer meiner größten Wünsche. Aber wisst ihr, was ich mich immer frage? Es gibt ja auch Frauen, die genau so sind. So, also die halt auch so diese Interessen haben. Nerd-Frauen einfach. Eine wird ja sogar auch noch hier reinkommen. Und deswegen denke ich mir, eigentlich immer so müssten die doch theoretisch auch jemanden finden, der so dieselben Interessen hat. Aber gut, ist scheinbar nicht so einfach. Sex habt ihr schon mal Sex gehabt? Nein, auch nicht. Auch nicht? Krass. Aber also, würdet ihr gerne schon mal so? Also, das wäre schon cool. Der Blick von ihm. Cool so. Wäre schon noch nice, mal irgendwann zu haben. Aber du hast schon mit sich und Sex. Ja, das hatte ich auch schon. Nicht, dass die Shelly hier gleich noch ganz verlegen wird. Na, Sam? Gefallen dir die Sehenswürdigkeiten? Sam? Ja, optisch waren sie, waren sie ganz okay, würde ich jetzt sagen. War jetzt nix. Sag mal, Sam, würdest du hier den Anker auswerfen, oder nicht? Großartiges Übertriebenes, aber nix, was mich auch groß vom Hocker haben würde. Nix Neues für den Kapitän. Na, kann man auch sagen, wenn man das so möchte. Äh, also, ich habe jetzt 75 G. Wow. Ja, ich war so, warte mal, ich bin bei D. E, F, G, wow. Ich glaube, Kim war so bei, wie, du hast größere als ich? Wie, ich bin hier nicht die Nummer 1. Also, Schatz, nee. Wie viel Raum sind drin? 300, 550. Wow. Das Zentralgestein eines neuen Nerd-Geheimkults. Bröki, Brocken, Brökmann, lass mich in der Challenge alles tun, was ich kann. Oh, der war gut. Irgendwie hat dann einer einfach immer... Beten die jetzt so diesen Felsen da an, oder was? Was Dummes gesagt und dann der Nächste und jetzt beten wir das Ding halt an. Und, äh, das ist jetzt irgendwie, unsere Gottheit geworden, so ein bisschen. Bröki, Brocken, Brökmann, bitte verbrückel mir nicht das Spiel. Was? Aber das können die doch nicht machen. Also, egal, ob man jetzt gläubig ist oder nicht, aber du kannst dich doch nicht hinsetzen und so einen Felsen anbeten. Linda ist, glaube ich, auch ganz schockiert. Irgendwie ist jeder von uns so ein Spongebob-Fan und es gibt da so eine ikonische Folge. Das ist eben nicht bloß ein Brocken, nur es ist ein Fell. Natürlich, Freunde, gibt es hier auch noch was anderes zu tun, außer den Stein anzubeten. Auf jeden Fall müssen die da jetzt Nerdfragen beantworten und, ja, mal gucken. Also, ich weiß noch nicht, ob ich davon so viel drin lasse oder nicht, aber wir gucken mal. Ey, der Blick zu geil, er hat einfach nur Fragezeichen im Kopf. Unter einem Booty-Call verstehe ich, wenn ich jemanden anrufe zum F***en. Da spricht, glaube ich, jemand aus Erfahrung. Wiederholte telefonische Kontaktaufnahme und Verabredung zum Gelegenheit. Hab ich ja gesagt. Seitdem ich auch reinkam, ihre Blicke und so manchmal, so ein bisschen von oben herab, hi, hab ich irgendwie ein Gefühl, dass es da knallen wird. Sie hat auch einfach den abgef***ten Blick und das stört mich jetzt langsam. Na, da sind irgendwie so Blicke, die gehen aber ins Leere. Da würde ich ja gar nicht, würde ich mich ja gar nicht angesprochen fühlen. Gegen gestern so, wir saßen ja alle im Wohnzimmer, hier saßen wir zuerst. Ihr saßt doch da hinten. Wir saßen das gerade nicht hier. Ach so, aber wir saßen da und ihr saßt vorher da. Was machen wir jetzt? Kommt da eine Nelly von der Seite an und sag mal, steh mal auf. Freunde, wisst ihr, was wir hier, glaube ich, mal brauchen? Eine Sozialpädagogin. Ach nee, haben wir ja schon. Ey, das ist einfach immer geil, durch welche Kleinigkeiten hier so voll die Probleme entstehen. Also ich glaube, ein Babu ist von Frauen wie mir eingeschüchtert. Hab ich das Gefühl? Ich komme da gerade nicht hinterher, bei dir, ihr Schatz, oder halt die Fressung, geh weg. Also am Anfang dachte ich, Linda wird mir Probleme machen. Dann hat sich ganz schnell rauskristallisiert, dass es Babu ist. Babu ist. Ja, ich glaube, die 300 Gramm, ne, oder nee, die 550 Gramm, stimmt. Ich glaube, die sind hier das Problem. Ja, gut, du stehst dazu und das meine ich wieder, da kannst du mir die Schuhe aus... Also mit der Kim verstehe ich mich gut. Das ist ja manchmal dann, wo du denkst, mit den Leuten verstehe ich mich nicht. Die ziehen dir dann auf jeden Fall die Schuhe aus und das kann ich dir auch rückmelden, Ja, ich glaube, oftmals ist das aber auch so ein Ding, dass zum Beispiel wie bei Aito mit Emi und Tara, ich glaube, bevor die so krass konkurrieren oder weil die halt beide wissen, das könnte schwierig werden, dann freunden die sich lieber an, weil die dann einfach beide besser durch die Show kommen. Also nur meine Vermutung. Hier übrigens mal die Ergebnisse von der, ja, also nicht Challenge, sondern das war so ein Paar-Test. Ich freue mich übrigens schon drauf, wenn hier nominiert wird und da natürlich auch Leute rausfliegen, weil da, also bin ich mir sicher, da wird es richtig knallen. Du sagst die guten Sachen, ich sag die schlechten. Von mir erwartet man sowieso die schlechte. Ich glaube, es wäre mir lieber, wenn man mich nicht mag, als wenn man dich nicht mag. Ja, das würde auch sowieso so sein, weil, ja, mit den Nerds werden die jetzt kein wirkliches Problem haben. Warum auch? Wenn es hier Probleme gibt, dann natürlich mit den anderen Frauen. Ich glaube, ich bin ein bisschen schlimmer als du. Ah, wir haben noch nicht Schach miteinander gespielt. Ja, okay, sowas meine ich jetzt nicht. Okay. Natürlich haben wir uns in die Luxus-Suite einquartiert. Ins zweite Zimmer. Kilian, Babu, in der Junior-Suite. Chris, Vanessa, Dan, Christine. Ihr kommt in das Standardzimmer rein. Weil auch Standardzeit. Kim Virginia, du bist die Letzte, die ich in Bern könnte, so, weißt du, was ich meine? Boah, ja stimmt, das war letzte Staffel auch schon so. Also, die meinten ja, die gehen taktisch ran. Ob das taktisch jetzt so klug war, Kim da rauszuschicken, weiß ich aber auch nicht. Ich glaube nicht. Aber so habe ich es mir nicht vorgestellt. Excuse me. Warum hattet ihr den Streit? Das hast du mir noch nie erzählt. Ich weiß es wirklich nicht mehr, Schatz. Für die ist es noch voll präsent gewesen. Für mich war das so, I really don't give a f***. Dazwischen habe ich ungefähr 50 andere Leute kennengelernt und 5 andere Feinde gehabt. Da, wo ihre Karriere beendet ist, nach einem halben Jahr, ist meine erst gestartet. Also heißt, die waren beide in derselben Bachelor-Staffel, oder wie? Und ich weiß auch, wie die Alliance wahrscheinlich am Ende aussehen wird. Wahrscheinlich mit Christine und Babu. Die Alliance. Was heißt das? Was heißt das? Allianz. Ach so. Die Allianz. Die Alliance, Freunde. Wer kennt es nicht? Ich denke, durch die Betten-Zuteilung haben sich jetzt so ein bisschen zwei Allianzen gebildet. Doch nicht alle meine, meine ganze Allianz in meine Räume nebendran. Weil so weiß man jetzt ganz genau, wer Lindas Verbündete werden soll. Guckt euch doch mal die Zimmeraufteilung an. Linda, Babu, Christine. Dann brauchen die noch eine vierte Person. Können die eigentlich rauskicken, wen die wollen, wenn die zusammenhalten. Ja, ja, stimmt, ne? Also das ist gar nicht mal so ungefährlich. Wir dürfen halt nicht immer darauf achten, so, ja, der ist mir sympathisch, sondern wir müssen jetzt wirklich ausschließen, wer ist der Beste? Raus damit, weil der könnte Konkurrent sein. Richtig, Freunde. Jetzt werden hier nämlich die Krallen ausgefahren. Zünn, zwei, drei. Ja, warst du eine Stimmung hier, oder? Da war ich noch der übelste Partygänger, jedes Wochenende eigentlich in der Disco. Jedes Wochenende in der Disco. Sie glauben, diese Geschichte ist wahr. Oder wollen wir sie in die Irre führen? Denn ich begleite mich auf das Löffel. Ich gucke am Rest. Nee, bitte kurz. Ich gucke am Rest. Hä? Jetzt bin ich irgendwie verwirrt. Wenn ich noch wüsste, was wir gemacht haben, ne? Nächstes schon mal für mich schlimmer Kopf zu bereiten. Mach noch. Warum lassen wir nicht einfach die Bilder für sich selbst sprechen? Was geht denn bei denen jetzt ab? Haben die zu viel Alkohol getrunken? Oder was ist hier los? Habe ich den geküsst? Ne Bromance nennt man das, glaube ich, im Fachschrank auch. Boah, Kilian, ist es wirklich leid? Was ist das? Das würde ich hier also belästigen einfach. Ich habe mich gar nicht wahrgenommen. Ja, ja, die haben alle ordentlich einen Sitzen. Erinnert ein bisschen an Aito. Jetzt kommt nämlich hier die erste richtige Challenge, bei der man sich auch vor der Nominierung schützen kann. Und zwar Leckerei. Da müssen sich ja eigentlich die Nerds von letzter Nacht ziemlich gut mit auskennen. Geschmackvoll zugekleisterte Promiköpfe freilecken und die Berühmdlinge benennen. Ah, okay. Süßigkeiten schmecken mir sehr gut. T-Shirt hier auf Marcelo Bourlon angelehnt. Ich habe ein paar Probleme mit Essen so. Ist das Babu, die da hervorkommt? Ah, das ist die Prinzessin von Wales. Albert Einstein, Relativitätstheorie? Ja. Radio Aktivitätstheorie. Patricia Blanco? Geil, ey. Patricia Blanco. Aber ich finde auch das Schwierigste daran, ist ja irgendwie die Leute zu erraten. Also Albert Einstein war auch dabei, den hätte ich ja kannt. Die anderen aber irgendwie nicht. Ach so, ist klar, ne? Das ist ja... Ja, das bleibt halt recht. Ja, da muss natürlich auch sauber gemacht werden. Geht es eher auf blond oder schwarze Haare? Naja, wenn, wenn, dann tatsächlich eher farbig, pink, grün, blau. Außergewöhnlich. Sowas finde ich halt. Ja. Ja, genau. Selbstreflektiert, moralisch und möglichst nett. Tja, was eine Eigenschaft natürlich. Nett. Aber das haben wir auch noch nie so gehört, ne? Moralisch zum Beispiel. Magst du eher ein bisschen dünner, ein bisschen zierlicher oder ein bisschen mehr Rundungen oder ein bisschen... Ich glaube, über sowas möchte ich nicht reden. Ja? Oh, schade. Könnte jetzt natürlich auch daran liegen, dass er hier nicht so offensichtlich zugeben möchte, dass Kim genau sein Typ ist. Also, Schatz, nee. Dann gucken wir mal, wer vorhin gewonnen hat. Linda und Pierre. Welch Überraschung. Ach, krass. Schon wieder. Wollt ihr mich verarschen? Uh, uh, zwei bei einem. Ja, was ein Applaus hier, oder? Ja, aber das könnte natürlich dann für die... Also gut, dass die gesaved sind. Aber wenn die mal nicht gesaved sind, dann könnte es natürlich sein, dass die rausgewählt werden, wenn die so gut sind. Jetzt kommt das, worauf ich mich am meisten gefreut habe, und zwar nämlich die Nominierung. Bin ich echt gespannt, wer da rausfliegt. Deswegen haben wir uns für euch entschieden. Oh, Christine hat eine Stimme. Oh, ich verscheide. Das sind diese Messer, die von hinten kommen, wo du gar nicht rechnest. Aber dann klatsche ich dich bei Ball weg. Ja, Schatz, was hast du denn gedacht? Das hätte ich von ihr nicht gedacht, Mann. Ich hätte von den beiden Nachbarn, die in unserem Zimmer schlafen, noch nicht gedacht, was ich heute für Gespräche dachte. Du bist eine Falsche, bist du. Du bist eine Falsche. Ey, krass, wie die sich da reinsteigert. Das ist halt immer das bei den Nominierungen. Irgendjemanden muss man ja nehmen. Das sollte man auch gar nicht so persönlich nehmen, wenn man dann mal eine Stimme abbekommt. Aber Christine sieht das halt ein bisschen anders. Pass mal auf. Was soll ich machen? Ja, ja, ja. Werden wir sehen, was gemacht wird. Auch gar nicht reden mit mir, ne? Das weißt du schon. Ja, ist okay. Am besten sogar das Zimmer verlassen. Ja, ist okay. Von wegen, dass eine gewisse Person hier unbedingt mit mir Stress anfangen möchte. Ich? Ja. Okay, wer sagt das? Das habe ich mitbekommen. Da frage ich mich gerade aber auch, stimmt das überhaupt? Also ich könnte mich da jetzt gar nicht dran erinnern. Das sieht aber jetzt gar nicht mal so gut aus für Christine. Bei ihm leider den Namen kenne ich noch nicht. Das wird, glaube ich, auch ein bisschen dauern bei den Nerds. Aber nach heute werde ich mir sowieso einen Namen weniger merken müssen. Und ich glaube, die könnte es irgendwie treffen. Das sagt mir mein Gefühl. Also ich glaube, Christine wird noch mehr Stimmen bekommen. Linda hat gesagt, lass den Stress anfangen. Und du hast gesagt, mit Shelly? Nein. Also eigentlich war ihr Problem ja mit Nelly und nicht mit Shelly. Dass man absichtlich Sendezeit generieren möchte, indem man irgendwelche Dramen erfindet oder kreiert, das ist was ganz anderes. Ja, man merkt schon, manche sind natürlich auch jetzt schon sehr geladen, wie zum Beispiel Christine. Aber, und deswegen hoffe ich auch, dass sie eben nicht rausfliegt. Weil wenn die weiter drin bleibt, von mir aus gerne auch bis zum Ende, dann würde es ihr halt wirklich übelst Stress geben. Ab dem nächsten Mal. Er tut mir irgendwie auch leid. Also der findet das immer lustig. Auch vorhin hat er schon gelacht, aber er steht halt einfach nur so daneben. Ja, dass nicht nur du redest. Ich war gerade am reden, hör doch zu. Hör mal auf, ich war am sprechen. Ich war am sprechen, nur weil du das dann babbelnst. So, dann muss sie natürlich jetzt ihre Fresse aufreißen, aber gib es nicht. Gib es nicht. Wer kriegt denn jetzt die Stimme? Oh, Christine. Du fragst sie noch im Ratschläge, jetzt versuchst du hier so zu machen. Ich hasse es, wenn meine Partnerin angegriffen wird. Ja, aber es ist ja nicht angreifend. Und du greifst gerade jeden an. Nein. Angreifend? Wir machen doch echt jeden an. Ja, wenn der eigene Nerd schon sagt, die greift gerade jeden an, dann sagt auch irgendwie viel aus. Und es wundert mich, dass Kim bis jetzt noch so ruhig ist. Also, dass sie sich gar nicht mit einmischt oder so. Gut, die steht wahrscheinlich auf Christins Seite, aber trotzdem. Ich sag euch ehrlich, ich bin von Kim in dem Format sogar wirklich, bis jetzt zumindest, positiv überrascht. Das müsst ihr mal kommentieren, ob es euch auch so geht. Zeigen, dass man mit uns nicht rumpf. Darf ich das so sagen? Ist mir egal. Dass man mit uns nicht rumpf wird. Hallo? Dieser Umgang tut ihm nicht gut. Ich sag's euch, die kommen hier als andere Menschen raus. Vanessa und Chris, es tut mir so leid, aber ihr wart die zweitstärksten. Tat natürlich sehr weh. Ja, gut, mit einer Stimme ist das auch nicht so schlimm. Ich finde, das war ein dummer Move von Christine, sich mit allen Leuten anzulegen. Ja, die hat sich eigentlich wirklich mit jedem angelegt. Also, wundert euch nicht, ne? Ich kann halt nicht alles zeigen davon. Aber die hat sich schon so gut wie mit jedem angelegt. Und das in einer Show, bei der nominiert wird. Achso, okay. Weiß ich nicht, warum sie uns gewählt haben. Ich bin auch echt ein bisschen, ja, traurig. Also hier mal die Stimmen im Überblick. Aufgrund der Stimmengleichheit hat die Wahl das heutige Challenger-Gewinnerpaar, Linda und Pierre, mehr Gewicht. Das bedeutet, Shelly und Sam geht jetzt mit Christine und Daniel ins Exit fest. Achso, stimmt, warte mal. Ich glaub, da hab ich gar nicht dran gedacht. Aber es gibt hier diese Exit-Quiz... Also diese Exit-Quizzes. Ist das die Mehrzahl? Du weißt gar nicht, was du hast gemacht haben. Hab ich nicht. Doch, hab ich nicht. Du hast hier... Du schämst dich und du wirst dich noch mehr schämen, wenn du das gesehen hast. Ich wirst dich so schämen, wo er leidig, leidig schämen. Ich wirst dich auf meine tote Mutter einschämen. Doch, du wirst dich richtig schämen. What the fuck? Ich schwör auf meine tote Mutter. Dass es so abgehen wird, heute zumindest, hätte ich aber auch nicht gedacht. Vor allem, weil es am Anfang so ruhig war. Dann gucken wir mal ins Exit-Quiz rein. Also ich bin halt dafür, dass Christine und Daniel gewinnen. Einfach, damit wir noch weiterhin Stress hier drin haben. Jetzt nix gegen Sam und Shelley, aber... Tja, ich hoffe, dass Christine und Daniel gewinnen. Irgendwie glaub ich's aber nicht. Sag ich euch ehrlich. Wofür steht die Abkürzung VR? Das weiß ich sogar auch. Virtual Reality. Verrollungswissenschaft. Keine Ahnung. Virtual Reality. Ey, 100 Jahre später, Freunde. Es steht einfach immer noch 0 zu 0, weil weder Christine noch Shelley irgendwas davon wussten. Ihnen besser bekannt. Ja, das ist auf jeden Fall Botox. Das wird der erste Punkt. Ja. Aber gut für Christine. Die heißen Christines Zwillingsschwestern mit Vornamen. Ja, das könnt ihr aber wissen, wenn die sich drüber unterhalten haben. Janet und Jacob. Ja, okay, knapp. Wann hat Shelley Geburtstag? 8.10. 8.9. Oha, richtig. Der Ausgleich. Die Fragen sind ja eigentlich nicht schwer, aber ob die sich über die Sachen halt generell schon alle unterhalten haben, glaube ich halt überhaupt nicht. Wie viel Prozent der Deutschen spielten im vergangenen Jahr zumindest hin und wieder Computer oder Videospiele? Boah, keine Ahnung. Mein Instrum zeigt 65. Ne, 80 ist viel zu hoch. Ich sag mal 53. Okay, wir haben 65 und 79,9. Da liegen die bestimmt näher dran. Und die richtige Antwort lautet? 53 Prozent. Was? Also ob ich das einfach genau getroffen habe. Ich meinte doch 53, oder? Ich sag mal 53. Hä, was? Ey, das glaube ich gerade selbst nicht. Ey, ich schwöre auf alles. Ich habe das noch nie irgendwo gehört oder gelesen. Aber ich habe einfach so überlegt, dachte mir so 50 Prozent über 50 bestimmt. Aber so 60 Prozent oder so ist halt schon echt viel. Und deswegen meine ich einfach mal 53. Aber schade bedeutet, das größte Drama zieht heute einfach schon aus. Und das in Folge 1. Das ist so ein bisschen wie bei Aito, als Emi raus war. Da habe ich mir auch gedacht, so für die Staffel ist das halt schon echt schade. Aber gut, Freunde. Das war es hier auf jeden Fall mal mit Folge 1. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu kommentiert. Und schreibt auf jeden Fall mal rein, ob ihr Bock habt auf die anderen Folgen. Lasst natürlich gerne auch noch ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns in einer Woche wieder mit dem nächsten Video. Also dazu vollkommen natürlich auch noch andere. Bis dahin und ciao.